Hast du jemals etwas gesehen und dir gedacht? Das ist der Grund, warum du lebst. Wovon sprichst du? Die gewaltigsten Wellen, die es gibt. Mavericks. Es gibt sie wirklich. Ich will diese Welle reiten. Und trainiert, die Jungs steigen nicht mit Mike Tyson in den Ring. Bringen Sie es mir bei. Jay hat sein ganzes Leben zu dir aufgesehen. Ist dir nicht klar, wie sehr er dich braucht? Das schafft der Kleine nie. Warum halten Sie ihn nicht zurück? Weil ich nicht kann. Keiner kann das. Es geht darum, die eine Sache zu finden. die dich frei macht.